In diesem Video zeige ich dir die 5 besten und erfolgreichsten Spiele-Apps für den Monat Mai. Alle gezeigten Apps sind kostenlos und sowohl über iTunes als auch über den Play Store zu haben. Alle Links zum Download findest du unten in der Videobeschreibung. Die letzte App aus dem Video ist mein persönlicher Favorit, also bleib bis zum Ende dran. Viel Spaß! Spiral Tower, der Name verrät schon einmal worum es geht. Laufe mit deinem Würfel durch Drücken auf das Display möglichst schnell die Treppe hoch. Pass dabei auf, dass die wegfallenden Stufen dich von hinten nicht einholen. Ein Gelegenheitsspiel mit einfacher Grafik, leicht verständlichen Abläufen und dennoch überzeugendem Spielspaß. Weiche geschickt mit dem richtigen Timing auf dem Endlosweg nach oben den unterschiedlichsten Hindernissen aus. Wirst du getroffen oder holst die Treppe dich ein, so beginnst du von vorne. Ein schönes und einfach zu handhabendes Spiel, perfekt für den kurzweiligen Zeitvertreib zwischendurch geeignet. Auf dem zweiten Platz findet sich das Spiel Retro Highway wieder. Wie der Name schon vermuten lässt, kennzeichnet sich das Spiel durch die altmodische und veraltete Grafik. Für Rennspiel-Liebhaber ein willkommenes Game für zwischendurch. Weiche geschickt dem mitfahrenden Straßenverkehr, ausfliege über LKWs, sammle Punkte oder riskiere dein Leben im Gegenverkehr. Überholst du andere Fahrzeuge ganz knapp, erhältst du extra Punkte. Dadurch steigert sich der Spaßfaktor ungemein und lädt jedes Mal zu einer weiteren Runde ein. Für jemanden, dem Logische und Rätselspiele mehr Spaß bereitet, findet sich auf dem dritten Platz Soup Door Gym. Es geht darum, eine Seife durch eine Rätselwelt zu schicken. Wichtiger Punkt hierbei, dass sich die Seife nur geradlinig, senk- oder waagerecht einmal komplett über das ganze Spielfeld bewegen kann. Das Ziel besteht darin, die lila eingefärbten Schimmelflecken zu beseitigen und zurück auf das rote Feld zu kommen, ohne das Spielfeld durch einen falschen Zug durch Rutschen zu verlassen. Navigiere die Seife mit Hilfe der Blücke durchdacht durch das Rätsel, nimm alle Schimmelflecken mit und lande zurück im Ziel. Ein eingängiges und erstklassiges Geschicklichkeitsspiel, welches im Laufe der Level das Grübeln anregt und großen Spaßfaktor verbreitet. Calm Fall ist umgekehrtes Tetris, wenn man so will. Erspiele einen möglichst hohen Highscore, indem du den grünen Brocken Stufe für Stufe den Endlusturm nach unten schickst. Die Schwierigkeit und das Ziel zugleich ist es so weit wie möglich zu kommen, ohne dass der Brocken das Spielfeld durch falsches Zerstören der Blücke verlässt. Zerstörst du die gelb hinterlegten Blöcke, macht die Schwerkraft seinem Namen alle Ehre und zieht den Brocken nach unten. Tu dies also höchst bedacht und mit voller Konzentration. Calm Fall ist ein schönes Geschicklichkeitsspiel, welches mal schnelle und mal langsamere Spielweise fordert. Das Spiel punktet durch die leichte Handhabung, dem Suchtfaktor und schöner Hintergrundmusik. Drunk Line fordert Geschick, Timing und Aufmerksamkeit. Es geht darum, den Basketball mit Hilfe einer selbst gezeichneten Linie in den Korb zu befördern. Grafisch sehr einladend gestaltet, wird man sofort animiert, seinen eigenen Highscore oder den seiner Freunde zu toppen. Das Ganze ist aber mit behutsam zu machen. Im späteren Spielverlauf werden es auch mal mehrere Bälle, die im Korb versenkt werden müssen. Oder es kommen Bomben hinzu, denen du wohl weniger den richtigen Weg mit deiner Linie zeigen solltest. Maximal dürfen drei Striche gesetzt werden. Was einfach aussieht, entpuppt sich schnell zu einer kleinen Herausforderung. Perfekt für die Überbrückung von Langeweile ist das Spiel auch offline und unterwegs verfügbar. War bisher noch nicht die richtige Spiele-App für dich dabei, so schau mal in das jetzt verlinkte Video. Weitere Videos dieser Art findest du auf meinem YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!